Was er macht, ist ein Tick zu langsam. Zwei eineinhalb Minuten noch. Strasser. Jean-Kaieff. Jean-Kaieff. Jetzt! Das ist es! Ich habe nicht mehr dran geglaubt, liebe Zuschauer. Aber das ist der Unterschied zwischen normalen Bundesligaspielern und einem Weltmeister. Alles wieder offen. 1 zu 1. Und ich denke, jetzt können wir uns auf die Verlängerung freuen. Hier, nochmal. So ging das los. Jean-Kaieff. Am 1. vorbei. Dann nähert sich Kempel am 2. Ein bisschen riecht es nach Abseits. Und Andi Buck. Andi Buck, der Torschütze dieses so wichtigen Tors. Jetzt tobt der Betzenberg wieder, der vorher schon fast leer und ausgestorben wirkte. Schock, A.F. Schock, A.F. Schock, A.F. Situation wie eben. Immer noch Schock, A.F. Wieder Buck. Schock, A.F. Ich werde verrückt. Eigentor Steven Kerr. Tottenham, bester Spieler, besiegelt die Niederlage. 2 zu 0. 2 zu 0 für den FCK. Es ist nicht zu glauben, keiner da unten versteht sein Glück. Auch Otto Rehagel nicht. Eine Situation wie eine Minute zuvor. Da schnappt sich Juri Schock, A.F. den Ball. Und nach Armlich. Nicht aufzuhalten. Geht nach vorne. Lässt zwei Gegenspieler stehen. Wieder kommt Buck dazu. Und er sorgt für die Entscheidung. Steven Kerr. Hier. Das war der Pass von Schock, A.F. In den Lauf von Buck. Steven Kerr. Laut an Fürth.